so auf geht's mit drei klassen und damit schön dass ihr wieder eingeschaltet habt hier wir sind kurz auf dem aufschluss auf vier rädern bis was dann mit der legend trophy zu ende geht und dann geht es auf die zwei räder ab der nächsten woche dann also ab dienstag wahrscheinlich wieder muss gucken wie folgen das haben wir werden aber ja doch sind vier von gezegd das ist jetzt die fünfte also weiter wie sieben folgen und das heißt dann ab dienstag geht es auch weiter auf zwei räder mit dem packer wie wirft also wir brauchen wenn wir es mal nur 200 punkte um dann die aufgabe zu schaffen natürlich 6300 auf der top Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Soll ich das nicht mehr drüber machen? Nein. Ja, wenn man das hängt, dann kommen würde er in den Vorsitzenden, dann würde ich dann... ...dann zieht sich das weg in den Vorsitzenden, also wir haben die auch lange gefahren. Was? Wir sind in Brunzen gefahren! Wir sind plötzlich in Brunzen gefahren, in den letzten Kurve, dann tatsächlich noch gesteckt, der Typ, oder was? Nee, ganz nicht schafft. Aber auch nur ganz knapp. Das war ein Abendsziel. Das war ein Abendsziel. Nee, weil... Nee, aber auch gar nicht. Aufgabe gewesen. Und dann schaust du folgen. Gut. Perfekt. Gut. So, fehlen noch zwei Turniere. Das hätten wir dann fast. Und wir brauchen jetzt noch die Rollen. Wir wollen Hypercar Series und dann die Legend dafür und dann sind wir durch für heute. Also beziehungsweise für die vier Räder. Bis dahin. Und tschüss, bald. Was kommt? Einschät. Zu spät. Ja. мы von